Was ist das für ein Namen, Jey? Herzenpunkt Na, Namen Toll, die Rüstung kann man gar nicht kaufen brauchen, Alter Wieso nicht? Weil hier unten eine liegt Toll Hättest du ja sagen können Ich mein, das ist noch nicht voll Was denn? Ich? Ich bin hier beim Bunker, wo wir uns vorhin abgehalten haben Die ganze Zeit Mann Dein Händler zu bleiben ist meistens ne Scheißige Ja, nur meistens Also Heißt ja eigentlich keine Karte Crash oder so Da ist ein Händler ganz gut abzuhalten Du, schreiß mir nicht an Du, Verschropfen wir ins Gesicht Wow Ja, bei mir auch Ich drehe mich grad immer wieder Flashpoint vor mir, da kann ich auch immer was sagen Flashab Shooter Ich hab mich grad voll doppelt gehört, ne So abartig Vielleicht muss ich Ah, der hat immer die Lammatik nicht bloß Irgendwo muss ich bestimmt bei Umständen nicht mehr Der hat sich irgendwann dann richtig eingestellt Ich hör irgendwie wie das Krieg irgendwo Aber das ist ja schon tot Eigentlich sollte der Scharfe noch dahin sein Ähm Ich mach erstmal ein ganz klein Ich komm mit der A12 Ich komm mit der A12 Ja, da gibt ja ein Achievement wenn du äh eine bestimmte Anzahl Flashpoints mit der A12 kippst Keine Ahnung Jaja, ich hab mal ein bisschen durchgegriffen Aber am geilsten ist immer eine U-Ball-Tuber mit der Kartoffel die einfach noch zu kaufen und dann entschieden zu tun Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss nachladen Ich muss nachladen Tja, geh weg Ich baller schon drauf Ist er tot? Keine Ahnung Seht du mich grad durchschickt? Renn mich auf Okay Crawler? Nerven langsam Nachladen Nachladen Man Wieso schießt man da nicht? Wow 437 Was? Was? Gibt es einen Granat-Luncher oder ein Granat-Luncher? Ich? Nö! Schau es aus, wenn du... Schnau es hat. Ich sag doch, dass du eine scheiß Stelle da hast zu bleiben. Wie soll ich einen Granat-Luncher haben? Schau es aus. Ich hab eine A12 jetzt in einem Feuerbruch. Man, ich brauch Geld hier, Fusten. Oh, Munition. Einmal aufladen. Oder nachladen. So, kann ich mir? Ja, kann ich. Gib mir Geld. Ich geh für den Support-Specialist. Den brauchte ich erstmal. Oh! Oh! Das ist vom Dings abgebreit, die anderen. Was wollt ihr jetzt gekriegt? Ja, aber nicht genug. Ihr könnt wieder abkratzen in der Runde. Ja, deshalb war die Scheiße, die jetzt die anderen. Die brauchen Leute jetzt mit A12 hier drinnen. Ja, aber nicht genug. Ja, aber nicht genug. Ja, aber nicht genug. Aber hier nicht nochmal abhalten, oder? Das ist... Das ist nicht gut. Nein, machen sie es doch. Einer verpasst sich irgendwo anders hin. Pfff... 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 Schön. Bis die uns aufteilen. Egal, ich bleibs bei der... Du bleibst bei dem Typen der A12, oder? Ich schieße aber... Ich verschwind meine Schriftung, ne? Der hat schon... Oh mein Gott, jetzt das... Ist der Flash-Bump bei dir auch gerade einfach verschwunden? Nö. Bei mir ist er mit einmal verschwunden. Er war tot. Ja, das hab ich auch gedacht, aber der ist mit einmal verschwunden bei mir. Da war er schon leider weg. Wirklich. Was macht er da? Er schießt in jedem Viech nur einen Schuss. Mit der Mech 10. Dadurch sterben die Netze. Da musst du schon ein bisschen mehr reinballern. Ich will aus dem Kumpel... Ach ne, da steht jemand. Aber wir müssen den Kumpel vielleicht gleich zusammen. Ich will aus dem Kumpel. Nö. Ach ne, der Kumpel einfach nicht. Ich muss doch jetzt. , bist du? Ach, Mann. Oh mein Gott! Das ist echt ein Schuss. Wirklich? hier lang gerast weil er brannte ist unsichtbar gebrannt und lang gerast ich habe da so eine riesige bremende schnelle feuersprung gesehen toll es war lustig die flotkaner und der acht ist es auch wieder die frau kommt ich hab die mal vor der weggeballert siehst du ich muss gleich sowas so auf die zurückgreifen was den schuss auch wieso geht der typ immer irgendwo oben in der ecke und der halb raven wow mir war auf einmal eine brennende sirene das ist lustig wenn die brennen und so kann mir mein zeug immer noch nicht kaufen wow hast du keine kills? guck mal du hast 126 kills reicht aber noch nicht ich mein zu teuer du weißt du du hast größer schon übelts discountedruck ich bin jetzt auch scharpshooter level 400 wirklich zu spiel rauch ich hab zu 100 genau 100 das ist du hast ein bisschen mehr so der typ muss unbedingt eine A1 12 kaufen wieso brauchst du noch mehr Geld man ich muss mir nichts kaufen wieso hast du denn ich gleich gesagt wow wie ging das ich bin eben schneller gelaufen als mein geld geflogen also ich hab mein geld im fliegen eingeholt Ich bin los. Scheiße, wo gehts hier raus? Ja, deswegen bin ich da... Oh, schnell weg gewesen. Ist hinter uns noch? Ja, ist das. Flashpoint gehört. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin bei dem Abtagen spült. Da kommt ein Flashpoint, oder? Hier vom Berg, glaube ich. Siegertreie. Au! Scheiße, die Rehnung. Ach Gott, ich stehe hinterm Flashpoint. Das ist noch ein Scrape. Fun times. Okay, die Surinie muss nicht gut. Haben wir jetzt einen Medic bei uns? Nein. Oh, diese sprichlichen Caller, an der ich nachher muss. Das ist mal derine Sorte.